hattest du einen stressigen tag der schule der uni auf der arbeit oder wo auch immer da habe ich was für dich hier auf meinem kanal biete ich dir entspannende let's plays auf meine ruhige besonnen operhafte art und weise von montag bis sonntag biete ich dir täglich jeweils immer ein let's play das ab 18 uhr veröffentlicht wird der schwerpunkt meiner let's plays liegt im bereich der aufbau und städte simulationen die beispielsweise foundation reicht dann würde ich sagen hier zack umbauen und dann schauen wir mal nach den neuankömmlingen wieder vier stück recht erstaunlich so zufriedenheit ist auf 91 gestiegen daher wahrscheinlich steuern jetzt noch minus sieben pioniers auf pagonia wo das hat lager voll das kann natürlich auch sein moment umblick ich glaube letzter system ist es ist tatsächlich die geschichte oder zimmerbohren läuft jetzt hat nein läuft noch ein moment umblick ist doch jetzt ist es zwar ja noch nacht deswegen tut sich hier nichts ich dachte schon ich hätte vergessen das spiel zu starten weil jetzt wird es heller und da kommen auch schon unsere freunde die bieberinnen und bieber angewuselt auf den weg zu ihren jeweiligen arbeitsstätten um ihr tagwerk zu verrichten des weiteren spiele ich adventures wie beispielsweise life is strange wird typhon von den illuminati geführt erklärt das verschwörerische dreieckige logo und wie lief die sache mit charlotte war war es ich konnte ihr nicht helfen es ist irgendwie privat ja mir gebe ich mir schon zu dass das nicht so gut gelaufen ist ich weiß nicht sie leidet so sehr darunter ich dachte ich könnte ihr helfen aber ich konnte es nicht schau genauer hin und jetzt versuche ich mal hier mit dem katzen greifer zu machen benutze ich hab's also geht doch wo ist die ja dann bitte wieder hier raus und wie ich mich hier ersatzschlüssel untersuche sieht aus wie ein autoschlüssel ach das ist der das ist der der ersatzschlüssel für für dieses auto drumrum tut was wir da gesehen haben von dem schädlingsbekämpfungstypen ja ist in diesen netten herren da sollte ich da jetzt schon reingehen ich habe noch ein zweites mal sicher ist sicher jetzt gehen wir in die so jetzt untersuchen ein gartenhaus mir gefällt gar nicht wie es aussieht und jetzt spiele hinein oder dinge wie return to monkey island hallo das war jetzt so nicht notwendig okay sie wieder hey partner mit dem kollegen plaudern hast du etwas geheimnis von einem mitglied der mannschaft mitgebracht ja ich habe da was ja damit hat das geheim hat das geheim gehalten kannst du damit eine verkleidung herstellen gelegentlich geraten auch rpgs in meine fänge dinge wie beispielsweise fallout so dann gucken wir mal hier bei den kollegen finden oder ob das vielleicht schon wieder zu spät ist von der uhrzeit her gesehen gut dass du gekommen bist ich brauche dringend hilfe meine tochter tante ist verschwunden ich weiß nicht was ich tun hast du versuch sie zu retten schon drei patrouillen suchen nach ihr aber keine kam zurück hilfst du mir okay wir könnten sie entführt haben klar aber das hat seinen preis tut mir leid aber ich habe was andere machen wir machen hier natürlich okay wir könnten sie entführt haben und ich glauben dass ein gangster klang dahinter steht vergeltung für unseren widerstand nimm den speer er wurde gefunden wo meine tochter verschwand cool okay ich werde dem nachgehen bitte sprich mit setz er weiß viel über die gangster gott mit dir wanderer okay oder morgend und gibt äh gibt ähm tach ist derzeit von irgendwelchen geistern oder 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 skeletten oder so angegriffen äh will ich das äh bleibt mir gefällig vom 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 pelz ich will nix von euch na gut dann eben doch wenn es nicht anders machbar ist aber auch games aus einem komplett anderen genre verlaufen sich schon mal hier auf meinem kanal und da wird doch wieder irgendwas dabei sieben mal 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 ein grau zwerg bis jetzt sollte dich das ansprechen würde mich natürlich wahnsinnig freuen die hier auf meinem kanal als gast begrüßen zu dürfen mein kanal ist nichts ohne dich neben deinen views hast du natürlich die möglichkeit ich hier aktiv mit einzubringen wenn du das möchtest sei es in form von likes oder dislikes aber auch in form von kommentaren hinweise anregungen kritik tipps was immer dir auf der seele brennen sollte schreibt es ruhig nieder ich lese die kommentare alle und versuche in der regel zeitnah darauf zu reagieren zum abschluss dieser kanal vorstellung noch ein hinweis in eigener sache ich produziere meine videos vor wenn du also beispielsweise irgendeine anregung irgendeinen vorschlag hattest wie ich dinge besser machen kann beispielsweise bezüglich meiner spiegelweise von einem aktuellen let's play oder aber irgendwas was das display selber betrifft dann dauert das ungefähr zwei bis drei wochen bis dein änderungs vorschlag dann auch zu sehen ist eben bedingt durch meine vor produktion das war es auch schon von meiner seite ich danke für dein interesse und würde mich natürlich wahnsinnig freuen wenn ich dich hier als meinen gast begrüßen darf